So, einen wieder schönen guten Tag, meine Lieben, auf Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und im Jahr wieder sehen wir, das Spiel gerade wieder mit der Mauer. Also in dem Jahr, das Spiel gerade ist, 3 oder 2 Wochen noch hier. Und heute ist Sonntag, aber hoffentlich habt ihr ein schönes Wochenende gehabt. Und es gibt zwar wieder neue Informationen um das Thema GTA 6. Und zwar, Tom Hederson hat geschrieben, dass ein GTA 6 als ein Videomache kommt. Und man kann es da noch nicht sagen. Es ist auch nicht von Rostock, es ist auch noch nicht offiziell bestätigt. Weil, wenn hoffentlich der Tom Hederson hat nämlich geschrieben, Liga und Insider Tom Hederson hat getwittert, dass er morgen GTA 6 Videos und Informationen veröffentlicht wird. Also, ich weiß gar nicht, brauchst du an dem Schmottag. Und wenn morgen GTA 6 ankündigt wird, das ist wahrscheinlich auch nicht unbekannt. Weil es von Rostock, es auch nicht bestätigt ist. Und wenn Rostock, es eben gerade an GTA 6 arbeite. Und natürlich auch die Fortsetzung von GTA 5 auf die PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Das war ja an dem ich ja dieses Sommer, also ne, an dem ich ja nicht dieses Sommer, sondern an dem ich ja schon dieses der Webbar rauskomme. Also mit der Webbar, es war GTA 5, wo die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S draußen. Und wahrscheinlich arbeite ich schon auch an GTA 6, das kann man noch nicht sagen. Aber wenn, wir müssen mal überraschen, wie Rostock es sagt. Und ich bin hoffentlich sehr, ob Tom Hederson zu der Liga recht hat, dass morgen ein Videos oder ein Fehler oder sogar ein Bilder oder Informationen zu veröffentlichen ist. Wenn wir als Tom Hederson zu der Liga und eine Liga darauf geschrieben, dass das ist Wahrscheinlichkeit, dass morgen wahrscheinlich ein Video kommt zum Thema GTA 6. Und ich bin da auch schon sehr süß. Ich bin da jetzt gerade wieder auf Twitter wieder bei Tom Hederson und der hat mich auch... Und ja, das ist morgen wahrscheinlich ein Trailer kommt. Ich hoffe, ich brauche kein Fehler rauskommt, das kann man auch nicht sein. Dann auch schon Bette 4, auch schon geleakt. Ja, Bette 4, auch schon 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 Bette 5. Und wahrscheinlich auch irgendwann mal Spiele, das ist, dass es kommt am Morgen nicht. Ich ne, ich dachte, ich dachte, das geht. Bette 4, auch schon, Bette 5, auch schon Bette 5, auch Bette 5, auch schon Bette 5, auch schon Bette 5, auch schon Bette 5, auch bei Bette 5. Und seit Vorabertät der Liga bekommen. Und da bin ich ja auch schon sehr, sehr gespannt darauf. Und das ist mein Bette 5, bis weit graduated von der Liga. Die Grafik geht, das ist bestimmt auch so Bette 5, das heißt, bevor dann Giga 6 rauskommt. Ich hätte wohl sagen sollen. Soll ich morgen ein GTA 6 Video hochladen? Ich bin froh, die Träne. Die Leute sind so durstig nach diesem Spiel. Und wenn morgen ein Video von Tom Hedda zu der Liga rauskommen soll, dann bin ich mal sehr, sehr gespannt. Und Tom Hedda sind wahrscheinlich gerade in der Liga morgen ein GTA 6 Video hochgeladen. Das sind veröffentlicht, aber ich will mir jetzt natürlich da und zu mir verstanden. Bis morgen. So, das war es noch mal. Gita, Lukas, hau, was Videos gefallen? Da gibt es noch einen Daumen nach oben. Wenn euch nicht gefallen hat, mal einen Daumen nach unten. Abonnieren mal. Kanal ist immer kostenlos. Da hättest du sonst verpasst, auch keine Videos von mir. Das Thema GTA 6 News, GTA Online zu neuen DLCs, Vlogs, auch vieles mehr. Und also abonnieren nicht vergessen. Dann könnt ihr euch kein Video zu GTA 6 News verpassen. Und ich verkeh da online zu neuen DLCs, auch noch vieles mehr. Oder wie ihr schon gesagt habt. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Und einen schönen Abend, eine schöne Gute Nacht. Und dann sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und tschüss ihr Lieben. Und dann sehen wir uns dann.